Der Supermonster in der 3,5 Zoll kurzen Spindel Variante ist ein echtes Kraftpaket. 3.405 Newtonmeter bei gerade mal 6,7 Kilogramm. Die Umschaltung erfolgt komfortabel per Einhandbedienung über den großen Umschalter. Im unteren Bereich des Geräts befindet sich ein Drehknopf zur Reduzierung der Leistung im Anzugsmoment. Zudem wird die Abluft hier komfortabel vom Bediener weg herausgeführt. Geliefert wird das Gerät bereits mit Druckluftanschlussnippel. Es kann aber auch direkt mit der Luftleitung verbunden werden. Das robuste Doppelhammer-Schlagwerk und der Hochleistungsdruckluftmotor sorgen für eine lange Lebensdauer. advice Sie können. Danke. Vielen Dank.